ja hallo zusammen zur nächsten folge von grim dawn irgendwie sollen wir den bereich sichern glaube ich zumindest weiß aber nicht ob ich das jetzt richtig mache oder nicht okay werden sie das jetzt mal kaputt das denkt da hinten muss erst mal kaputt beim zurückziehen hier so ist wir sollten es nein sollten nicht stoppest du arsch so stopp ist es auch thematisch durch ach alter ist noch nicht nein was war das denn ich bin heute echt wie soll ich sagen diese aufnahme session ist nicht meine jetzt kann ich dann nämlich wieder ganz hinrennen und ich weiß nicht mal wer oder was mich getötet hat ich hatte doch gerade vorher einen boss weg gemacht leckomio da war hat der bild bis hierhin wirklich gut funktioniert also entweder ist heute wirklich einfach nicht mein tag was durchaus sein kann oder ich weiß auch nicht auf einmal funktioniert halt nicht mehr keine ahnung kann ich gar nicht sagen wir müssen dort entlang ach ja ja ich bin echt angefressen es ist wirklich schlimm heute am liebsten würde ich echt dass die maus durch die scheibe werfen in den pc treten oder sonstiges aber solche tage gibt es halt einfach mal ob man will oder nicht da kommen wir nicht durch da wird es gleich wieder stressig hier kommen wir durch da ist noch ein kistchen da sind nach hau ab danke was ist das denn alter willst du mich verarschen ich habe da draußen viel größere probleme ich muss da mal einen raus irgendwas machen die da komisch ist das gibt es nicht das gibt es nicht ich glaube ich beende nicht nur die aufnahme sondern das let's play jetzt weil so langsam sicher geht es mir auf den sack entschuldigt es geht mir gerade wirklich auf die nerven ich habe alle resistenzen da wo sie sein sollten normalerweise ich schreibe mir gerne in die kommentare was ich machen soll ansonsten ich könnte jetzt einfach das am liebsten sofort und anstand zu sparen ich bin gerade richtig pisst jetzt freue ich mal eine zigarette das ding ist halt gehst dahin und ich weiß ehrlich gesagt nicht was ich machen soll der schaden ist an sich mehr als ausreichend und ich habe nicht mal gesehen wer oder was mich da jetzt gerade eben in die ewigen jagdgründe gejagt hat eine falsche richtung gut dass das keine ep mehr kostet alter schwede muss gleich im anschluss an diese aufnahme irgendwas sagen wo ich meinen frist ablassen kann um mich mal ein bisschen runter zu kommen vielleicht spiele ich klein und wischen gott auf wo war weil ich hatte da jetzt wieder mit angefangen hat ich habe das ja irgendwie nie wirklich durchgespielt was wird das denn jetzt ich weiß ja nicht ob das alles so klug ist was ich hier so tue das problem ist dass du teilweise echt nicht mehr siehst wo der maus zeiger ist also irgendwas stimmt hier nicht normalerweise kann der char das ab die resistenzen sind alle wie sie sein sollen ich verstehe es nicht gab es patch von dem ich nichts gehört habe vielleicht gar nicht vorstellen aber auf jeden fall funktioniert hier gerade irgendwas nicht irgendwas funktioniert hier gerade voll nicht ich kann ja nicht schon wieder umbauen gut dann kann ich mir zumindest das video zu den charge waren man muss das ja auch mal positiv sehen ja ja und ja ich bin gerade ziemlich ironisch und sarkastisch unterwegs weil es mir gerade so ein bisschen auf den sack geht warum töten die mich gerade alle einfach mal so bitte die kommentare rogue wenn du das siehst bitte du bist ja auch schon lange dabei und jeder andere der hier auch in den kommentaren oder beziehungsweise der hier mit guckt und auch wirklich pfiffig unterwegs ist bitte schreibt mal was zum teufel hier gerade passiert ist unsachsamkeit meinerseits was durchaus sein kann das will ich überhaupt gar nicht bestreiten also nicht falsch verstehen ach weil das kann nicht sein dass ich jetzt mal ebenso geflüssenlich und schnappfassen was willst du denn geflüssenlich und einfach mal im krepiere so ganz dezent irgendwas tut mir da richtig aua machen tut mir da richtig aua machen mein deutsch war auch schon mal besser alter was ist denn das what the fuck hat mich was was weiß okay scheißegal wir sterben uns heute mal einfach eine runde durch die folgen kann man ja mal machen da habe ich mir mehr mit den porten von a nach b beschäftigt als dass ich wirklich liebe und irgendwelche gegner töte vor allen dingen da machst du ein zwei heldenmonster weg und dann schwupp ja dann siehst du deinen helz button runtergehen oder in einen helzbalken nicht button ist ja ein button nein es ist kein button das ist ein balken ähm siehst du deinen helzbalken runtergehen und zack schwuppdiwupp war es das ich verstehe es gerade nicht hallo kiste ich kann nicht schlagen du schlägst du zurück was das war eine zurückschlagende kiste das spiel hat sich heute gegen mich verschworen ganz offensichtlich na normal können wir da mal ein fahrstuhl hinstellen in meinem alter muss das sein dass es nicht altersgerecht alter schwede diese aufnahmerunde ist ja mal so für den arsch da fehlen mir echt die worte kristian mit genau 0 drinnen hey 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 so könnte ich mir mal denjenigen ja mich da immer du bist das nicht oder ich glaube ja nicht du bist das auch nicht du bist das auch nicht du auch nicht hier ihr arschlöcher meine fresse pisa 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 wir kommen ja auch noch oh da ist noch ein boss mythisches beben mythischer tool was was bist denn du epische schwere stiefel alter ich kann nicht mal mehr das sind doch genau pass auf das geht doch ganz einfach kannst du das denn nicht so sortieren zumindest haben wir diese quest durch auch wenn ich mich jetzt nicht wirklich viel besser fühle das kann ich nicht behaupten das ist nicht so dass ich sage so ach ist das toll meine freude geht in so eine mäßliche und so ich mache mir ein portal auf und porte mich da erstmal wieder hin und gebe die quest ab äh hier nicht nein hier nicht dann hier vielleicht ja hier kann ich sie abgeben okay wieder eine neue quest gekriegt ja ne nicht so richtig gut ihr lieben ich werde jetzt frustriert diese folge beenden ich hoffe dass es in der nächsten aufnahme denn besser läuft du da oben mal auf rum zu ballern weil es mir gerade so ein bisschen auf den sack geht echt jetzt also bitte schreibt was in die kommentare warum das alles ist wie es ist weil ich verstehe es gerade nicht okay dass mit diesem einen gegner wo ich die eine folge lang immer wieder hingerannt bin ja die domäne hat es mir schwierig gemacht und keine ahnung warum ich da endgültig gestorben bin schreibt es mir in die kommentare warum das in den letzten beiden folgen so war ich verstehe es nicht und bis zum nächsten mal dann tschüss